Ja, geht viel um Geld hier. Für diejenigen, die des Themas vielleicht schon überdrüssig sind, ich habe noch ein bisschen einen anderen Ansatz als einige der Modelle, die wir jetzt so gehört haben. Also, Obergiesing gewinnt die Champions League. Das ist der Titel meines Talks. Das Bild hat nichts damit zu tun, aber ich fand es schön. Warum Obergiesing? Zum einen, weil ich in Obergiesing wohne. Das sind quasi die Rasen von Hauptquartieren. Das ist mein Fußball-Podcast. Zum anderen, weil es deutlich machen soll, dass es nicht die einfachste Aufgabe ist, mit einem Fußball-Podcast sein Geld zu verdienen. Und zum dritten ist es noch eine kleine Referenz an Franz Beckenbauer, der bei besonders schlechten Spielen immer gesagt hat, das war jetzt wie Obergiesing gegen Untergiesing. Ich bin in dem Fall Obergiesing. Wie sähe das aus, wenn Obergiesing die Champions League gewinne? Ungefähr so. Ganz kurz zu mir. Wer bin ich denn eigentlich? Ich bin Sportjournalist. Kann sich ja jeder so nennen, deswegen tue ich es auch. Ich habe bei Elf Freunde gearbeitet. Ich war später bei Spox, einem großen Sportportal. Auch noch in anderen journalistischen Gefilden unterwegs, aber das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich bin selbstständiger Berater im digitalen Bereich. Das heißt, ich helfe Agenturen, Unternehmen im Bereich vor allem Social Media. Hat sich alles so ergeben. Selbstständig seit 2014. Mache den ganzen Kram seit 2012. Und ich bin, und das gehört irgendwie auch zu diesem Talk dazu, alleinerziehender Zwillingspapa. Letztes Mal, als ich hier war, vor einem Jahr, habe ich euch erzählt, wie viele Fußball-Podcasts es eigentlich gibt und warum das auch für diejenigen von euch interessant sein könnte, die sich selbst gar nicht für Fußball interessieren. Weil meine These war, das haben wir auch gestern bei Klaas dann nochmal im Vortrag gehört, dass Fußball ein gutes Einstiegsthema ist, weil es ein Massenthema ist. Dieser Talk ist mir sehr leicht gefallen, weil ich da am Rande über den Rasenfunk erzählen konnte, aber ganz viel über andere Podcasts. Den hier finde ich ein bisschen schwieriger, aber das ist auch irgendwie Teil meines, ja Teil dieses Weges zum Bürospodcaster zu werden. Ich muss hier viel über mich reden und viel über zum Teil auch private Dinge und das ist aber Teil der Geschichte. Ich hoffe, dass ich das auf eine Art und Weise zu, dass ihr dann daraus auch was mitnehmen könnt. Wir werden alle in 25 Minuten schlauer sein. Außerdem bin ich noch der Genetzer bei Twitter. Wie das kam, ist eine andere Geschichte, die passt jetzt hier nicht rein. Und ich mache eben den Rasenfunk. Der Rasenfunk ist 2014 entstanden aus einer Unzufriedenheit heraus mit der gängigen Fußballberichterstattung. Also Sportjournalismus kennzeichnet sich im Durchschnitt nicht durch einen hohen investigativen Mehrwert und eine sachliche und fachliche Diskussion aus, sondern letztlich ist Sportjournalismus ja im Prinzip ein Teil der Unterhaltungsindustrie, wenn man ehrlich ist. Und das merkt man auch in der Art und Weise, wie über Sport und über Fußball in dem Fall berichtet wird. Boulevard-Themen stehen da bei vielen Medien ganz weit oben. Im Zuge der Monetarisierungskrisen der großen Medien, jetzt mit Online und allem, hat sich es dazu durchgesetzt, dass gewisse Hype-Themen gesetzt werden, einfach nur, weil sie Klicks bringen. Und die sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich versuche im Rasenfunk, dem etwas Eigenes entgegenzusetzen. Und wir hier im Raum wissen ja auch, was würde sich dafür besser eignen als ein Podcast, der sich ganz, ganz vielen Dingen nicht unterordnen muss. Die Prinzipien sind also sachlich, gründlich und wir machen es ein bisschen anders. Mit wir ist noch der Frank mit gemeint, Frank Helmschroth. Der ist immer mal wieder mit dabei, hilft mir auch viel bei der Technik. Der Hauptaufwand liegt aber derzeit vor allem bei der Moderation und Recherche bei mir. Es gibt drei Formate. Es gibt die Schlusskonferenz. Vielleicht hat es der ein oder andere oder die ein oder andere von euch auch schon mal gehört. Ist natürlich eine Hommage an die Schlusskonferenz, die im Radio läuft. Die letzten 15 Minuten jedes Bundesligaspieltags werden alle Reporter zusammengeschaltet. Das ist die spannendste Phase. Die Schlusskonferenz ist das regelmäßigste Format. Da rede ich über jeden Bundesligaspieltag immer mit zwei Gästen. Dauert in der Regel zwei bis zweieinhalb Stunden und das ist schon so die erste große Hürde. Also wenn ich mich erinnere an den Talk vom Freitagabend, dann bin ich sehr bei Passion einzuordnen und nicht so bei Mainstream. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es genügend Mainstream, um damit Geld zu verdienen? Wollen wir heute klären. Kurz dazu, damit ihr einen Eindruck habt, was mache ich, um die Schlusskonferenz zu produzieren? Da ich über den Bundesligaspieltag rede, sehe ich alle Bundesligaspiele, die über 90 Minuten zu sehen sind. Das heißt, an einem normalen Bundesligaspieltag sind das fünf Spiele an 90 Minuten. Manchmal sind es inzwischen schon sechs Spiele an 90 Minuten. Da hat mir die DFM mit ihrem neuen TV-Fahrplan noch ein weiteres Spiel beschert. Ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll. Bei allen anderen Spielen sehe ich mindestens zwei Zusammenfassungen und dann konsultiere ich Spielberichte, Statistikseiten. Insgesamt geht in die Vorbereitung einer Schlusskonferenz zwischen 12 und 15 Stunden. Aber das hat sich so ergeben, weil ich einen hohen Anspruch an das Produkt habe und ich möchte einfach nicht über Dinge reden, die ich nicht gesehen habe. Und da muss ich halt auch mindestens zwei Zusammenfassungen sehen von dem Spiel, wenn ich es nicht über 90 Minuten sehen konnte. Aber das nur ganz kurz, ich will mich darüber nicht beschweren, ich mache das ja freiwillig, aber nur, um das für euch einzuordnen. Was steckt da dahinter? Es gibt auch noch das Tribünengespräch, das ist das zeitlose Format des Rasenfunks. Das eignet sich vielleicht auch für so manchen, der noch nicht in den Rasenfunk reingehört hat, ganz gut. Monothematisch, lang, aber hoffentlich auch interessant. Und es gibt den sogenannten Kurzpass, das Mainstreamigste Format. Das dauert dann mal nur 30 bis 40 Minuten über alle möglichen Themen. Das sind so die drei Sendungen im Rasenfunk-Universum. Es gibt noch den Rasenfunk Royale, da blicke ich auf die Saison zurück mit 18 Gästen zu 18 Vereinen, plus noch einem Gast von Colinas Abend zum Schiedsrichter-Saison. Der dauert in der Regel zwischen 18 und 21 Stunden in mehreren Teilen. Ist aber interessanterweise das meistgehörte Format. Die Leute haben ja auch Zeit in der Winter- und Sommerpause. Wie sieht meine Woche aus? Es tut mir leid, dass es so viel Me-Talk ist, aber irgendwie muss ich es ja so erklären. Ich fand dieses Bild irgendwie ganz passend, weil ich oft den Eindruck habe, ich muss im Verlauf einer Woche an ungefähr 15 Millionen Fäden ziehen, um das ganze Ding unter Spannung zu halten. Und wenn einer der Fäden reißt, dann habe ich echt schon Probleme. Sprich, wenn der Kindergarten zum Beispiel mal eine Schulung hat, so wie diesen Mittwoch, dann wird das alles ein bisschen schwieriger. Im Zentrum steht, und das ist einfach so, steht immer die Zeit mit den Kindern. Und da muss ich eigentlich gar nichts zu sagen. Die Zeit ist heilig und in der Zeit kann und will ich nicht arbeiten. Das heißt, es verschiebt sich viel auf den Vormittag, wo die Kinder im Kindergarten sind. Gott sei Dank, Kindergartenplatz gefunden. Danke München. Und es verschiebt sich viel in die Nacht. Und was findet dann in der Nacht statt? Zum einen eben alles das, was mit meiner Selbstständigkeit zu tun hat. Und eben dann der Rasenfunk. Und ihr könnt euch das jetzt wahrscheinlich dann schon vorstellen. An einem Bundesliga-Wochenende mit Kindern. Da sitze ich halt dann nachts und gucke die Spiele. Das nur, um kurz zu verdeutlichen. Wie gesagt, ich will mich nicht darüber beschweren. Ich habe mir das alles freiwillig ausgesucht. Aber ich habe auch gemerkt, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Es gab viele Momente, in denen mir unter anderem auch mein Körper gesagt hat, das ist jetzt nicht mehr ganz so geil. Das ist jetzt ein bisschen viel. Das heißt, ich erzähle das deshalb, um euch zu sagen, ich wurde auch so ein bisschen auf dahin gedrängt, den Rasenfunk auch zu einem finanziellen Standbein zu machen. Denn irgendwann stand ich, war es eigentlich ehrlich gesagt für mich klar zu sehen, dass der Rasenfunk als Hobby nicht mehr weitergeführt werden kann, weil das vollkommen out of range war. Das stand in keinem Bezug mehr zu meiner eigenen Lebensrealität. Der Rasenfunk als reines Hobby hätte ich sofort aufhören müssen. Es war einfach viel zu viel Aufwand. Und es ging einfach, es geht einfach mit meiner Lebenssituation. Als alleinerziehender Zwillingsvater, der selbstständig ist, ging es nicht mehr zusammen. Das heißt, ich habe mich sehr lange mit dieser Frage beschäftigt, auch sehr gerungen. Aber dann war quasi klar, na gut, wenn das funktionieren soll, dann muss der Rasenfunk Teil deines Einkommens werden und vielleicht sogar die Hauptsache, denn ehrlich gesagt gehen alle drei Dinge eigentlich auch nicht. eigentlich müsste da noch einer der Kreise wesentlich kleiner werden, wenigstens. Das heißt, es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist eben das Hobby und das andere ist der Beruf, mit dem ich auch genügend Geld verdienen kann, um meine Zwillinge und mich durchzubringen hier im teuren München. Aber es ändert natürlich auch einiges, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht und werde euch auch so meine Erkenntnisse darüber im Folgenden noch ein bisschen erzählen. Und dann, diese Überlegungen liefen schon eine ganze Weile und dann kam die EM 2016 und es kam das Angebot. Ich hätte die Möglichkeit gehabt und ich habe mich da selbst drum bemüht. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, zur EM gesponsert zu werden und von einem sehr großen Unternehmen mit einem hohen Etat und das wäre auch ein fünfstelliger Betrag gewesen, dadurch, dass ich die Budgets von denen so ein bisschen kannte, konnte ich da auch ganz gut, ehrlich gesagt, verhandeln. Und ich hätte nicht mehr machen müssen, als zu sagen, direkt nach dem Intro, dieser Podcast wird unterstützt von bla 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 und dann direkt weiter. Und das war quasi schon eingetütet. Ich hätte noch Lastenheft schreiben müssen. So einen großen Konzern hat es ja immer so eine lange Schleife. Vielleicht wissen das einige von euch. Und dann wäre das losgegangen. Und ich habe das am Donnerstag mit dem entsprechenden Zuständigen aus dem Konzern, der auch dem Rasenfunk dann eine große Reichweite verschafft hätte, das fix gemacht. Und dann hatte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Denn dieses Unternehmen hängt indirekt im Fußballbetrieb drin. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, die sich jeder stellen muss. Und das haben wir ja, wir haben ja jetzt schon viele Monetarisierungsbeispiele hier gehört. Und ich habe gesehen, ich glaube nicht daran, dass es wirklich keine Schere im Kopf gibt. Und vor allem finde ich es auch schwierig, selbst wenn es die nicht gäbe, färbt, dass ich auf der einen Seite Geld einnehme von einem Unternehmen, was mir im Fußballbetrieb über Sponsoring drin hängt. Das färbt auf den redaktionellen Content ab. Das kann man meiner Meinung nach nicht voneinander trennen. Da hat jeder seine ganz eigene persönliche Meinung. Aber für mich ist es vollkommen undenkbar. Und dann kamen noch Fragen dazu, wie, naja, was mache ich denn dann eigentlich nach der Ebene? Also das wäre einmalig sehr viel Geld gewesen. Aber dann bin ich ja in der, da muss ich ja Sales machen, anstatt einen Podcast zu vertreiben. Da muss ich andere Unternehmen finden. Was mache ich, wenn die Unternehmen dann nicht mehr die richtige Conversion aus meinem Podcast heraus erziehen? Dadurch, dass ich ja im Marketing viel auch beratend tätig bin, konnte ich mir ehrlich gesagt die Mechanismen dahinter schon ganz gut vorstellen. Und deswegen kam dann die Entscheidung, nach einem schlaflosen Wochenende, nee, das mache ich nicht, abgesagt. Und dann war aber klar auch, okay, aus der ganzen Sache ist jetzt ein Mount Everest geworden. Weil dann habe ich für mich einfach drei Prinzipien aufgestellt, die ich bei der Finanzierung des Rasenfunks so lange beherzigen möchte, wie es geht. Und ich hoffe, dass es, ehrlich gesagt, würde ich gerne einfach zeigen, dass es so geht, wie mein Ansatz ist, ist nämlich Punkt eins, keine Werbung. Man zeige mir den Bereich des Lebens, in der zeitgeschichtlichen Situation, bis zur Gründung der Erde, Urknall, keine Ahnung, in der Werbung irgendetwas besser gemacht hat für den Konsumenten. Ich meine, ich arbeite, hoffentlich sehen das jetzt nicht meine Marketingkollegen, noch bin ich ja auch selbstständig in dem Bereich unterwegs. Aber es macht es einfach nicht besser. Ja, man kann da Geld verdienen. Und das ist auch legitim, über Werbung Geld zu verdienen. Aber für den Konsumenten wird nichts besser. Und da brauchen wir uns, ehrlich gesagt, da wundere ich mich, ehrlich gesagt, über einige Dinge, die ich auch hier schon auf der Subscribe, jetzt bei einigen Vortragenden gehört habe. Ja, Werbung über Audio ist intimer. Und wenn ich jetzt vorlese, und vielleicht würde ich auch am Anfang noch drei Unternehmen finden, hinter denen ich zu 100 Prozent stehe. Aber wir wissen doch alle, was passieren wird. Die messen den Erfolg der Werbung. Über hier, ihr kriegt den Gutschein 50 Prozent Rabatt. Und dann gucken sie, wie viel Conversion hatten wir jetzt, wie viele Leads haben wir erzielt. Dann können sie das ihrem Werbewert entgegenstellen. Selbst wenn sie das nicht tun, es wird trotzdem der Mechanismus greifen, dass nach dem ersten Sponsoring, das steht noch in irgendeiner Zielvereinbarung von irgendeinem Marketingmanager, mach auch mal Podcast, okay, Haken. Schon im zweiten Jahr wird da stehen, bitte steigere deine Reichweite. Also was wird passieren? Es wird genau dasselbe passieren, was immer passiert, wenn Werbetreibende irgendwelche Dinge anfassen. Es wird um Reichweiten gehen. Es geht weg vom Produkt. Und ich prophezeie euch, es würde mich wundern, wenn nicht, irgendwann wird sich Werbung im Podcast so anhören wie im Radio. Es wird geflüstert, weil Studien sagen, dass Leute dann zuhören. Es werden Kinderstimmen, die Produkte anwerben, bei denen Frauen die Kaufentscheidung treffen. Es wird gescratched, es wird Follow-up-Spots geben. Ehrlich gesagt, habe ich heute hier auch schon ein Beispiel gehört, was mich da ehrlich gesagt bestätigt hat. Das ist vollkommen legitim, das auszuprobieren. Für mich ist es aber einfach kein Weg, keine Werbung. Und dazu kommt noch, ehrlich gesagt, habe ich eigentlich auch kaum Werbekunden, bei denen es gehen würde, weil die Automobilhersteller hängen alle bei Bundesligisten mit drin. Sportwettenanbieter NoWay sind zuständig für Spielsucht und Spielmanipulation. Keine Ahnung, warum da niemand drüber berichtet, aber geht gar nicht. Dieser Brausehersteller, nennen wir es einfach mal Brause, also sprich, der Topf an Werbekunden wäre auch schon so klein. Und klar hätte es irgendwie schon Reiz, für irgendwie Oma Ernas Fleischladen was zu machen, aber funktioniert ja alles nicht. Also keine Werbung. Zweitens, keine exklusiven Inhalte, solange es geht. Ich weiß, dass das der Hebel ist, mit dem man wesentlich seine Monetarisierung anheben kann. Gerade im Bereich der Gaming-Podcasts kann man das ja sehr gut mitverfolgen. Und trotzdem habe ich da irgendwie ein Problem mit. Das wäre für mich so der letzte Ausweg. Denn, was ich damit mache, ist, dass ich diejenigen bestrafe, die sich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht leisten können, mich zu unterstützen. Und deswegen bekommen sie diese Inhalte nicht. Und ich lasse halt diejenigen davonkommen, die es sich leisten könnten, die aber ehrlich gesagt zu bequem sind, mir was zukommen zu lassen. Und eigentlich finde ich das aber, das sollte man, solange es geht, aushalten können eigentlich. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass ich ohne exklusive Inhalte durch die Sache durchkomme und das dann irgendwann auch mein Leben finanziert. Wie viel ich dafür brauche, sage ich euch heute auch noch. Und keine Sponsoren. Das ist ehrlich gesagt ganz nah am Werbungsthema dann eigentlich auch dran. Und damit wurde jetzt aus dem Mount Everest, nee, wurde jetzt quasi aus dem kleinen Hügel wurde jetzt Mount Everest. Jetzt habe ich mir auch noch in dem Bereich hohe Ansprüche gesetzt, wie ich es vorher bei den Sendungen auch schon gemacht habe. Vielleicht ist das so ein bisschen mein Ding. Jetzt müssen wir gucken, wie das läuft. Was mache ich denn stattdessen? Das hier mache ich. Das Rasenfunk-Spendenmodell. Ich stelle mich auf die Hinterweine, guck lieb und sag, wenn es dir gefällt und ihr bekommt den Aufwand dahinter mit, erzähle ich euch später noch ein bisschen was dazu, wie ich das mache, dann unterstützt mich doch bitte. Es gibt den Rasenfunk-Supporters-Club, das haben wir uns aus dem Fußballumfeld geklaut und da kann man für uns spenden und zwar über Patreon und über SEPA. Ich habe nicht dieses hässliche SEPA-Logo genommen, sondern jetzt einfach mal das Logo meiner Bank, weil das, ich kannte ehrlich gesagt das SEPA-Logo gar nicht, das sieht ja fürchterlich aus. Weil in dem Punkt natürlich schon wichtig ist, dass man darauf achten muss, dass man zu einer Bank geht, die keine Gebühren auf einzelne Überweisungen und so weiter hat. Da gibt es aber auch noch andere, ich will jetzt nicht für Fido Werbung machen, sonst würde ich ja Werbung machen. Aber ihr müsstet ja nur auf rasenfunk.de slash unterstützen gehen, da hättet ihr es eh gesehen, deswegen dachte ich, dann kann ich es auch mitbringen. Also, es gibt nur Spenden und es gibt nichts anderes. Und jetzt ist ja die Frage, was hat sich dadurch geändert und jetzt hoffe ich, dass ich quasi von dem sehr rasenfunkbezogenen Teil euch auch ein bisschen was mitgeben kann. Zunächst mal, Podcast als Gewerbe, das ist nicht so trivial, wie man vielleicht denkt. Ich spreche jetzt von meiner Situation weil da kenne ich mich am besten aus. Ich war selbstständig oder bin ja selbstständig mit einer freiberuflichen Tätigkeit. Wenn ich auch nur einen Euro gewerblich einnehme und dafür quasi kein eigenes Gewerbe gegründet habe, dann infiziert dieser gewerbliche Euro mein komplettes anderes Einkommen aus der Selbstständigkeit. Und dann darf ich hier schön Gewerbesteuer, Höchsthebelsatz, einer der höchsten hier in München zahlen, muss man sehr, sehr darauf achten. Wie vermeide ich, dass ich diese beiden Einkommensströmen miteinander vermische? Zum einen kann ich darauf achten, dass Spenden spenden bleiben. Das war der Grund, warum wir zum Beispiel bei Patreon, wir hatten zwar verschiedene Unterstützerstufen, aber ehrlich gesagt war die Steigerung nur vom trockenen Handschlag zum feuchten Handschlag. Die Leute haben keine T-Shirts dafür bekommen, die haben keine Sticker bekommen, keinen Jutebeutel. Und der einzige Grund war, das wäre eine konkrete Gegenleistung für eine Zahlung gewesen, das wäre eine gewerbliche Einnahme gewesen. Da mussten wir damals sehr aufpassen. Inzwischen ist der Rasenfunk als Einzelgewerbe, als Einzelunternehmen gewerblich angemeldet. Das heißt, jetzt gäbe es auch Möglichkeiten, andere Dinge zu tun. Aber da muss man drüber, das muss man wissen und vielleicht auch vorher schon mal drüber nachdenken, hätte sich mein Steuerberater, glaube ich, auch gewünscht. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Das hat Tim, finde ich, schon ganz gut angedeutet. Ich war ja fasziniert, am Freitag zu erfahren, dass man sich erst jetzt mit Buchhaltung befassen kann, wenn man schon so lange in dem Bereich unterwegs ist. Das ist ein nicht zu vernachlässigender Arbeitsaufwand. Also ihr alle wisst ja, dass ein Podcast mehr ist, als nur aufnehmen, senden und mit Hörerinnen und Hörern drüber reden und so weiter und so fort. Die Buchhaltung, gerade die Beleglage von Spenden, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da geht nochmal richtig Zeit drauf und man muss da wirklich, also ich will halt ehrlich gesagt steuerlich auch immer auf der sicheren Seite sein. Ich bin da ein bisschen anders als der Präsident meines Lieblingsvereins und das kostet wirklich Zeit und zumindest in meinem Fall war es auch so, dass der Steuerberater und ich, wir haben uns da gemeinsam ein Wissen erarbeitet, weil der hat mich auch gefragt, Pat, Pat was? Woher kommt das Geld und warum kommt das jetzt von dem anderen Dienstleister und wie ist es mit der Umsatzsteuer? Es war interessant. Aber ja noch vielleicht viel relevanter, ja auch die Fragen, was verändert sich eigentlich in der Erwartungshaltung? Und da muss ich jetzt für meinen Fall sagen, wir machen das jetzt seit, wir haben den Rasenburg Supporters Club am Tag vor dem Europameisterschaftsfinale 2016 gegründet. Da könnt ihr auch ganz grob auch sehen, wie lange es braucht, sowas dann aufzusetzen, von wir lehnen ein riesen Angebot ab bis hin zum, wir machen ein Spendenmodell, ungefähr vier Wochen und von da bis jetzt muss ich sagen, ehrlich gesagt, in der Erwartungshaltung hat sich meinem Empfinden nach nichts geändert. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, wenn ich größer bin, vielleicht ist es auch jetzt noch so, dass die Leute schon ja auch den Rasenfunk unterstützen, um mich zu unterstützen, es hängt einfach sehr an meiner Person als Moderator, ich fand die Feststellung Personalities versus Influencer am Freitag sehr richtig, in meinem Bereich bestimmt total, hat sich aber an der Erwartungshaltung noch nichts geändert. Vielleicht auch, weil meine eigene so hoch ist, also ich habe einen Spieltag in den letzten zwei Bundesligaspielzeiten glaube ich ausfallen lassen, ansonsten habe ich immer eine Sendung gemacht, aber trotzdem, ich habe noch nie gehört, ey, warum kommt die Folge jetzt erst Montagnachmittag, ich höre immer nur, ach, der Montag ist so langweilig, wenn der Rasenfunk noch nicht da ist, also wunderbar, es geht einem runter wie Öl. Bisher keine Veränderung und auch die Beziehung zu den Hörerinnen und Hörern hat sich auch nicht verändert, bisher zumindest, Stand heute, kann ich sagen, ich habe da viel drüber nachgedacht, wird es da, verändert das was in der Beziehung zu meinen Hörerinnen und Hörern, ich glaube es hängt allerdings auch ganz viel damit zusammen, dass ich versuche, so transparent wie möglich zu sein und mir noch so viel Privatheit zuzugestehen wie nötig, da spreche ich auch nochmal gleich drüber, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, aber grundsätzlich ist ehrlich sein immer das Einfachste, da muss man sich nämlich auch nicht überlegen, was habe ich eigentlich in der letzten Folge darüber erzählt, als mich jemand nach meinen Hörer, nach meinen Downloads gefragt hat. Wenn man so einfach sagt, hat man da kein Problem mit und die Beziehung zu den Hörerinnen und Hörern hat sich in meinem Fall jetzt überhaupt nicht verändert. Hängt vielleicht auch damit zusammen, ich habe sehr viel Fragen bekommen, warum kann man dich nicht unterstützen, bevor ich eigentlich dann damit angefangen habe. Also da war vielleicht dann auch schon, vielleicht hatte ich da auch schon Rückenwind beim Start. Und trotzdem reden wir über Geld und das ist irgendwie ein schwieriges Thema oder vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich da auch einfach einen anderen Ansatz als andere, aber da muss man schon so sich bewusst machen, es gibt eine Grenze zwischen Transparenz und Privatleben und die große Frage ist, wie transparent willst du sein? Weil ehrlich gesagt, wie viel ich jetzt für Klamotten für meine Kinder ausgebe, das geht niemandem was an. Und ich möchte mich auch nicht auf einem Hörerinnen und Hörer treffen irgendwann mal dafür rechtfertigen, dass ich mir noch ein drittes Bier bestellt habe, weil irgendjemand sagt, Moment mal, das hättest du dir jetzt auch sparen können. Es ist nicht so ganz einfach und ich muss ganz schnell jetzt weitermachen. Deswegen, ich mache es jetzt transparent. So läuft es beim Rasenfunk. Nee, es war ein Witz. So läuft es. Was habt ihr denn gedacht? Was habt ihr denn gedacht? Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, leider schon, weil wir mit Verspätung hier schon reingestartet sind. Das ist ein aufeinander basierendes Stufenbalkendiagramm, das heißt, dass der Patreon-Graf da so mitzieht mit dem Überweisungsgraf, bedeutet eigentlich nur, muss man kurz sich überlegen, Patreon ist eine Ebene und nur Überweisung verändert sich. Deswegen sieht das so aus. Das heißt, wir sind jetzt gerade pro Monat bei 1.700, 1.800 Euro. Genau, ich muss jetzt leider ein bisschen schneller machen. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist denn eigentlich der Mount Everest? Also wie viel bräuchte ich denn? Und dazu muss ich sagen, ich lebe in München und kann da jetzt auch erstmal nichts dran ändern. Ich wohne in einer der teuersten Städte Deutschlands. Ich habe Kinder, ich muss mich selber Krankenversicherung. Ich habe keinen aufschweifenden Lebensstil, das müsst ihr mir einfach glauben, behaupten kann das ja jeder. Aber eine Zahl will ich euch sagen, beim Rest möchte ich das dann gerne für mich behalten, aber für Warmmiete, Kindergarten und Krankenversicherung zahle ich 2.600 Euro im Monat. Noch kein Auto mit drin, was ich leider gerade noch brauche. Keine Rentenversicherung. Na gut, Rente ist ja eh ein Witz. Also könnte ich mir auch sparen, aber ich denke, ihr kriegt ein Gefühl dafür und jetzt habe ich dann einfach mal auch die laufenden Kosten, auch für die technische Betreuung, die es ja auch gibt. Es läuft ja alles nicht kostenneutral. Also mal reingerechnet und sehr konservativ gerechnet, käme ich auf ein Ziel von 5.000 Euro im Monat. Dann, da ist schon mit reingerechnet, dass ich ein paar selbstständige Dinge noch weitermachen werde, so projektbasiert. Tut mir ja auch ganz gut, wenn ich nicht komplett raus bin aus dem Bereich und nochmal jemanden anrufen könnte, wenn es mal eng wird. Aber das ist so die konservativ gerechnete Zielmarke. Frage ist natürlich, jetzt wo ich im Gewerbe bin, könnte ich auch andere Einnahmequellen noch aufmachen. Merchandise ist sicherlich ein Thema. Ich habe allerdings ehrlich gesagt kein Gefühl dafür, was für ein großer Faktor das sein könnte. Die große Frage ist, wie kann man mit den Supporterinnen und Supportern in Kontakt treten? Wir haben derzeit, wir haben das große Problem gehabt, dass Patreon für uns nachteilig ist, weil nur 78 bis 83 Prozent der Spenden ankommen, bei Überweisung 100 Prozent. Aber ich kann mit den Überweisern nicht in Kontakt treten. Deswegen haben wir eine Registrierung eingeführt unter rasen.de slash rsc. Wir haben bis jetzt 260 registrierte Supporterinnen. Insgesamt haben wir so 500 Einzelspender und Spenderinnen in 15 Monaten jetzt eingesammelt. Das heißt, wenn wir jetzt nur Spenden machen, dann ist ja auf einmal die Reichweite von Bedeutung. Die einfache Gleichung, die ich in meinem Kopf zumindest aufmache ist, gewinne ich 1000 neue Hörer, mit dazu gewinne ich 20 neue Spenderinnen und Spender, vielleicht auch ein bisschen mehr, wird wahrscheinlich auch abnehmen. Das heißt, Reichweite ist für mich jetzt auf einmal wichtig geworden. Das ist die Reichweite, zumindest so weit zurückgehend, wie wir bei dem Anbieter sind. Ich habe mal jetzt so ganz grob zwei Linien reingezogen. Ich werde euch noch gleich erklären, wie es zu diesem Dach kommt. Das ist nämlich hoffentlich interessant. Und die durchschnittlichen Downloads einer Folge, das sind jetzt gerade so die Top-Downloads, wobei, wie gesagt, wir sind irgendwann umgezogen. Das heißt, bei manchen Tribünengesprächen fehlen da noch ein paar tausend. 13.000 Downloads pro Episode, was auch immer man von der Zahl Download halten will. Ich sage es euch einfach, ich dachte, vielleicht interessiert es euch. Naja, die Konklusion daraus ist aber ein niederbigger boat. Wenn ich quasi entscheide, ich möchte davon leben, ich brauche Summe X, ich möchte keine Werbung machen, dann ist ja wahrscheinlich Reichweite der Treiber, der mich irgendwo dahin bringt, dass ich es vielleicht schaffen kann, davon zu leben. Das heißt, was haben wir jetzt zum Beispiel gemacht? Es gibt jetzt eine Kooperation mit meinen ehemaligen Kollegen von Spox. Die sind auf mich zugekommen, sonst hätte ich es ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht gemacht. die nehmen jetzt den Podcast und verlinken ihn auch bei sich auf der Seite. Ich schreibe die Shownotes, es gibt keinerlei Absprachungen vorher oder nachher, ich kann Spox Gäste einladen, das habe ich aber vorher auch schon gemacht, die wollten nur immer nicht, auf einmal jetzt sagen sie mal, ja, das ist ganz gut. Also keinerlei Einflussnahme aufeinander und daher kommt übrigens das Dach. Das waren 3000 Downloads mehr pro Folge, es geht aber gerade runter, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder ob sich das bestätigen wird und ich probiere geradeaus mit dem Weser-Kurier, da mache ich mal nur das Werder-Bremen-Segment aus meiner Zwei-Stunden-Sendung raus und stelle das denen zur Verfügung. Download führt immer zu mir, deswegen finde ich es eigentlich für mich fair, es ist ganz ordentlich bei denen eingebunden und ich will gucken, vielleicht ist das ein guter Einstieg für Neuhörerinnen und Hörer, die mich noch nicht kennen, aber probiere das jetzt erstmal mit Werder-Bremen aus, weil es ja auch mehr Aufwand für mich ist, da muss man halt auch sehr, sehr mit seiner Zeit haushalten, die ist ja nicht so groß. Dann bin ich in Fernsehsendungen, die nicht so viele Leute sehen und in Fernsehsendungen, die viele Leute sehen, das hier war bei den Rocket Beans. Ich war jetzt schon mehrmals zu Gast hier tatsächlich ein paar Stockwerke weiter oben in Schalten mit dem Deutschlandfunk, das war sehr toll und wenn wir schon bei systemischen Staatsmedien sind, ich war auch im Aufwachen-Podcast. Das heißt, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber man muss ja auch umtriebig sein, in vielen Podcasts auftauchen und ich mache das aber auch immer eigentlich nur, also ich mache das aber nie mit der einzigen Maßgabe, den Rasen zu promoten, dann wird es auch nicht funktionieren. Also ich gehe nur im Podcast, in dem ich auch das Gefühl habe, ich hätte was zu sagen. Ich hoffe, ich habe es sogar bei Aufwachen hingekriegt, das ist ja dann schon relativ weit weg von meinem Thema, aber auf einmal ändert sich, wenn man so auf die Reichweite setzt, der komplette Blick in den Nebel und es taucht darin auf, die Frage, finde ich dann Spotify immer noch so, wie ich es vor einem Jahr fand? Interessante Frage, ich möchte mit dem Daniel später darüber noch sprechen. Könnte sein, dass das vielleicht ein nächster Schritt ist, wenn das mit den Urheberrechten an meinen Sendungen und sowas alles passt und mit Server und dem ganzen Kram, vielleicht ist jetzt sogar Spotify dann eine Lösung, fragen manchmal Hörer nach, aber ehrlich gesagt, drei pro Monat, also naja. Kommen wir zu etwas leichterem, da muss ich natürlich auch selbst vermarkten, so habe ich angekündigt, dass es neue Sticker gibt für den Rasenfunk, man gutes hilft vielleicht, dass ich sehr viel schon immer im Internet mache, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mich mal zum Horst mache. Und dann vielleicht noch für euch interessanter, ich bin Mitglied in 10 bis 15 Berufsfernfahrergruppen bei Facebook und habe auch verschiedene Facebook-Targetings dahin ausgestellt, weil ich immer dachte, die müssen doch Podcast-affin sein, das muss doch perfekt für die passen und die mögen doch auch Fußball. Spoiler, hat sich rausgestellt, die stehen nicht so wahnsinnig drauf, wenn jemand ihnen was vom Podcast erzählen will, weil die posten da eigentlich nur andere Dinge, aber es war ehrlich gesagt ein sehr interessanter Einblick in diese Lebenswelt der Berufsfernfahrer. Ich bin in allen Gruppen auch noch stiller Mitleser, weil es echt so ein Blick in eine komplett andere Welt ist. Aber im Guten wie im Schlechten. Aber ich will euch damit nur sagen, man kann auch so ein bisschen outside the box denken. Ich habe auch mal Facebook-Ads auf Pendler und diesen ganzen Kram geschaltet, aber wenn jetzt da das goldene Einhorn dabei gewesen wäre, würde ich es euch sagen, ist alles eher so semi. Dann bin ich bei Instagram aktiv und kann es sehr empfehlen, um den Leuten zu zeigen, wie viel Aufwand in den Rasenfunk steckt. Inzwischen hat uns der erste Bundesliga-Verein empfohlen, was sehr schön ist. Und jetzt bleibt die Frage, ja gut, was kommt jetzt noch? Jetzt nehmen wir mal an, die 5000 Euro sind da. Ja, eigentlich wäre es schöner gewesen, er würde nach oben gucken. Aber er will ja nicht springen, glaube ich zumindest. Was passiert mit dem 5001. Euro, der kommt, oder dem 5001. Euro und noch vielen weiteren? Gästehonorar. Das ist ein Thema, das liegt mir ganz schlimm auf dem Herzen, weil ich hatte jetzt schon über 240 Gäste in meinen Sendungen. Ohne meine Gäste würde die Sendung nicht funktionieren. In den Rasenfunk eingeladen zu werden, ist nicht trivial, weil ich muss mich zu allen neuen Bundesliga-Spielen äußern und da fragt mich irgend so ein Typ, der irgendwie jede Statistik dazu gelesen hat. Eigentlich würde ich sehr gerne meine Gäste beteiligen, aber es macht auch, gerade weil ich so viele Gäste habe, funktioniert es gerade noch nicht, weil wenn ich jedem auch nur ein Fuffi geben würde, was ja auch immer noch nicht viel ist, dann hätte ich schon wieder nichts mehr. Deswegen, das käme, wenn es dann irgendwann mal, wenn wir die 5000 erreicht haben oder zumindest so grob, dann die WM 2018 wird für mich natürlich ganz wichtig. Es wird tägliche Sendungen geben. Ich arbeite gerade sehr, 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 sehr viel mit dem Ziel, dass ich dann zur WM einen Monat nur Rasenfunk machen kann. Drückt mir die Daumen. Und YouTube ist wirklich ein interessanter Kanal. Bisher wird da einfach nur via Auphonic ein Audiogramm rübergestellt, also sprich, das Episodenbild und dann bewegen sich ein paar Linien. Macht immer noch mal so 1000 Views mehr. Durchschnittliche Anguckzeit irgendwie Stunde 30, was für YouTube sensationell gut ist. und es ist wirklich interessant, ihr findet bei YouTube ein Publikum, was ihr auf anderen Kanälen vorher nicht gefunden hättet. Bei YouTube werde ich deswegen, wenn ich noch irgendwelche Experimente mache, inhaltlicher Art, dann wird es mit Video auch zu tun haben. Deswegen, YouTube kann ich euch ans Herz legen und über Instagram die Leute über eure Schulter gucken lassen. Das war jetzt im Schnelldurchlauf. Ich danke, wenn ich vielleicht die Champions League gewinne, mache ich es genau wie die Fußballspieler und danke Jesus und auch euch. Vielen Dank. Vielen Dank.